Hallo! Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich dir und ich grüße dich ganz, ganz herzlich hier aus dem Maskenmobil. Ich hatte gerade geschminkt und fertig gemacht und mein Pferd ist schon so gemacht und ich glaube, ich sollte meinen Kopf nicht so viel bewegen. Heute ist der vorletzte Drehtag schon. Es heißt, morgen sind wir fertig und es ist ein bisschen schön, aber auch ganz arg traurig, weil es sehr viel Spaß gemacht hat. Und heute sind wir gar nicht am Martinshof, heute sind wir an einem Kartoffelacker, das nochmal ein bisschen anders ist. Und ich glaube, es wird sehr heiß und anstrengend, aber ich freue mich. Das Maskenmobil ist immer das Gleiche tatsächlich, egal wo wir sind. Von Ina zu Bibi dauert about 50 Minutes, glaube ich. Also es ist lang, aber man hat hier sehr, sehr gute Gespräche, deshalb kommt es auch ganz kurz vor. Also gerade ist Richard da, da ist immer ein bisschen langweilig, wenn er kommt. Aber davor hatte ich gute Gespräche mit Dominikus. Guten Morgen! 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 Kannst du jetzt sowas zu verhalten? Glaubt ihr, Ina nicht? Ja, ja, ja. Die ist, ähm, frech. Ich meditiere ungefähr 20 Minuten. Dann führe ich 20 Minuten gute Gespräche. Also ich muss ja immer meditieren, während mir die Haare gemacht werden, weil dann kann ich mich nicht unterhalten. Also das letzte Mal wurde mir noch ein Pony immer geklebt, da war die Veränderung noch so ein bisschen größer von Ina zu Bibi. Und dieses Mal sehe ich persönlich Bibi schon ähnlicher, weil ich den Pony jetzt auch richtig geschnitten habe und so. Aber trotzdem so der ganze Prozess morgens auch, dass man so ein bisschen Ruhe hat und dass man dann irgendwie auch echt anders aussieht danach. Also ich kriege ja Sommersprossen und Make-up und die Haare gemacht und alles so. Das hilft schon irgendwie, um, ja, da reinzukommen auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht mehr Ina, ich bin jetzt Bibi und ich bin fertig mit der Maske und ich gehe jetzt ans Set, weil ich bin pre-fertig. Hallo, hallo, Pluto, Saturn, Erde am Mars, wohnt da jemand, wohnt da jemand, könnt ihr uns hören?